Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1289. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bei starker Belastung spüre ich immer noch meine Schulterverletzung. Bei starker Belastung spüre ich immer noch meine Schulterverletzung. Zwei Kinder in Badezeug spielen an einem heißen sonnigen Sommertag an einem Fluss in der Nähe des Wassers. Zwei Kinder in Badezeug spielen an einem heißen sonnigen Sommertag an einem Fluss in der Nähe des Wassers. Das müssen wir öfter tun. Das müssen wir öfter tun. Das müssen wir öfter tun. Es macht so viel Spaß. Schön, dass du anrufst. So kann ich wenigstens eine kleine Pause machen. Schön, dass du anrufst. So kann ich wenigstens eine kleine Pause machen. Schön, dass du anrufst. So kann ich wenigstens eine kleine Pause machen. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass mir dein Vorschlag besonders gut gefällt. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass mir dein Vorschlag besonders gut gefällt. Anna ist traurig, weil ihr Freund sie verlassen hat. Eva kommt zu Anna und tröstet sie. Anna ist traurig, weil ihr Freund sie verlassen hat. Eva kommt zu Anna und tröstet sie. Anna ist traurig, weil ihr Freund sie verlassen hat. Eva kommt zu Anna und tröstet sie. Gib mir deine Pfote und ich gebe dir den Ball. Gib mir deine Pfote und ich gebe dir den Ball. Morgens trinke ich zuerst ein Glas Wasser. Das Frühstück gibt es später. Die Puzzleteile liegen auf dem Fußboden. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Der Auftrag wird von unserem Kunden unterschrieben. Jetzt haben wir genug Arbeit für die nächsten drei Monate. Die Arbeit an den Plänen stellt uns für jeden Bauherrn vor neue Herausforderungen, damit alle Wünsche erfüllt werden können. Eine Anwältin bereitet eine Klage für ihren Mandanten vor. Eine Anwältin bereitet eine Klage für ihren Mandanten vor. Eine Anwältin bereitet eine Klage für ihren Mandanten vor. Im Callcenter sind wir sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag für die Kunden erreichbar. Im Callcenter sind wir sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag für die Kunden erreichbar. Ich backe jede Woche einen Kuchen und probiere immer wieder neue Rezepte aus. Ich backe jede Woche einen Kuchen und probiere immer wieder neue Rezepte aus. Das ist absolut schlechter Service. Ich akzeptiere das nicht. Das ist absolut schlechter Service. Ich akzeptiere das nicht. Das ist absolut schlechter Service. Ich akzeptiere das nicht. Regina klopft an meine Tür. Ich habe sie schon erwartet. Wir wollen etwas Privates besprechen. Regina klopft an meine Tür. Ich habe sie schon erwartet. Wir wollen etwas Privates besprechen. Regina klopft an meine Tür. Ich habe sie schon erwartet. Wir wollen etwas Privates besprechen. Der Arzt sitzt an einem Schreibtisch und telefoniert mit einem Kollegen. Der Arzt sitzt an einem Schreibtisch und telefoniert mit einem Kollegen. Männer in Leuchtwesten suchten stundenlang im Wald nach einer Person. Hier ist der richtige Platz für die Wärmepumpe. Ich habe sie schon bestellt, damit sie pünktlich geliefert wird. Hier ist der richtige Platz für die Wärmepumpe. Ich habe sie schon bestellt, damit sie pünktlich geliefert wird. Hier ist der richtige Platz für die Wärmepumpe. Ich habe sie schon bestellt, damit sie pünktlich geliefert wird. Wie viele Kugeln Eis möchtest du in deiner Waffel haben? Eine Kugel kostet einen Euro. Wie viele Kugeln Eis möchtest du in deiner Waffel haben? Eine Kugel kostet einen Euro. Wie viele Kugeln Eis möchtest du in deiner Waffel haben? Eine Kugel kostet einen Euro. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wie viele Kugeln sind in deiner Waffel.